Ah, du lenkst dich nicht drauf, oder? Bam! Salut zusammen, mein Name ist Syll Hemmeri. Ich mache die Lehre für Login als Netzelektiker Schwertfunk Fahrleid. Diese Nacht ist Zara mit uns zwischen Flamato und Euris Haus und Wechsel für Instandhaltung. Hallihallo miteinander! Schön, dass ihr mit dabei seid. Jetzt in der Nacht sind wir hier unterwegs mit Syll. Wir stehen jetzt hier vor dem Montagewagen. Und wir gehen dort oben drauf, das weiss ich schon mal. Bevor wir überhaupt hoch dürfen, müssen wir lernen. Schenken unsere Sicherheit. Denn wenn es sein könnte, dass es wieder eingeschaltet wird, geht der Strom hier drüber ab, bei uns passiert nichts und der Schalter fällt raus. Wie viel haben wir denn da? 15'000 Volt. Jetzt können wir damit aufstehen. Hier hast du das Ding zum Anlassen. Jetzt kannst du hier drehen. Und jetzt kannst du hier hoch. Oder alles. Oh Gott! Kannst du mir da jetzt nicht ein Zwick oder so? Einfach aufpassen, dass du nicht auf die andere Seite kommst. Denn dann fahren sie noch. Zuerst das Visier runter. Bevor... Ups! Jetzt kann nichts mehr passieren, wenn es 15'000 Volt drauf hat. Ja. Kannst du hoch? Aha. Okay. Und jetzt rüber? Jetzt bin ich dran. Sollst du warten? Sollst du da drauf bleiben? Ja. Bis ich die Stange hier oben habe. Aber wenn es so piept, ist das nicht gefährlich? Nein. Pieps ist das so gefährlich, nicht? Pieps ist das... Pieps ist das... Pieps ist nur, dass keine Spannung drauf ist. Ziemlich mega safe bei dir. Du tust jetzt erden, oder? Ja. So, jetzt kannst du die Stange runternehmen. So. Schauen wir ab. Jetzt haben wir das geertet und überprüft. Ja. Jetzt können wir rauf. Oh Gott, wir sind so nahe zu der Fahrleitung. Ja. Oh Gott, meinst du... Wenn du überlegst... Ah, du lenkst dich nicht drauf, oder? Oh shit. Vor 10 Minuten sind hier 15'000 drauf gewesen. Oh Gott, kann ich das wirklich anlegen? Ja. Sicher? Ja. Oh shit, das ist schon mal ein spezielles Gefühl, oder? Es ist eben vor allem speziell, weil man auch so vergleichen denkt, vorher hätte sie töten können. Ja, voll. Wie lange hat es bei dir gebraucht, dass es dich daran gewöhnt ist, dass du hier oben stehst? Hast du eine Nacht gebraucht, oder länger? Länger, also auf jeden Fall. Ah, okay. Also es ist normal, dass ich mich noch nicht so wohl fühle hier oben. Ja. Jetzt fahren wir dann, Richtung Flamat. Hier hast du ein Schlüssel. Jetzt musst du schauen, ob die noch fest auf dem Draht sind. Mit was hau ich denn da drauf? Einfach so? Ja. Also schon. Also richtig? Ja. Also so? Ja. Du siehst, die Draht ist schon zu dunkel, vom Wetter und so weiter. Ja. Wenn jetzt der nicht fest wäre, würdest du hier nach. Zum Beispiel, wenn du jetzt so schläfst, dann siehst du hier Kupfer. Ja. Einfach noch wie neu. Und wenn es ganz ... Und das wollen wir jetzt einfach immer machen? Ja, bei jedem, der kommt. Dann fahren wir jetzt, oder was? Ja. Oh Gott, nein! Wir können gegen Flamat fahren. Wie bist du aufgekommen, die Lehre zu machen in diesem Bereich? Das ist schon speziell, nicht? Von meiner Grossmutter her habe ich gerne mit mir an die Bahn aufgegangen. Ich habe gerne etwas mit Strom gemacht, immer schon von Kind auf. Ja. Und halt auch Metall, irgendetwas zusammenbastelt. Und es passt ja noch. Du hast auch etwas mit Metall zu tun. Du machst auch etwas mit Strom. Du bist auch draußen, was ich auch gerne bin. Und du bist immer auf der Eisenbahn rauf. Ja. Bäm! Jetzt musst du dann schauen, gell? Wo muss ich jetzt da? Wo muss ich jetzt da? Wo muss ich jetzt? Jetzt gehst du auf die andere Seite. Oh Gott. Jetzt kommen hier mega viele verschiedene Dinge. Wo muss ich das oben auch nicht, oder? Doch, beides. Was? Hier auch drauf lassen? Das siehst du. Sie ist auch hier geschraubt. Jetzt haben wir jetzt das Gewicht noch nehmen. Jetzt müssen wir hier. Die Muffe. Ein klein weiter vorne nehmen. Ja. Dass wir hier hinten beim Mast Gewicht rauf bekommen. Ja. Etwa drei Stück. Drei Stück? Ja. Jetzt kannst du mal hier lösen, dann haben wir Platz. Lösen? Ja. Dann ziehen wir den ein wenig an, sonst verlieren wir den Schäubchen. So. Also. Jetzt haben wir die Montage hergegeben. Okay. Das heisst, welche ist das? Was sind die? Die. Die sind zwei Teilungen. Eine ist das. Und eine ist dieser. Okay. Der kommt auf eine Fahrrad. Also hier drauf. Das ist ein Draht hier in den Rillen. Ja. Also so rein? Ja. Jetzt kannst du den hernehmen. Hier. Und den hier drauf. Mhm. Den Öffring muss ich runter haben? Mhm. Ja. Dann müsste das sein. Gut. Also kannst du den Kopf verhammen aus der Kiste. Ja. Und jetzt schläfst du hier unten her. Nicht auf den... Es sollte liegen. Jetzt kannst du es gleich auf der anderen Seite hier machen. Also. Jetzt hängen wir hier ein bisschen die Holleri. Hast du die Zeit? Mit diesem ziehen wir das nachher rauf, oder? Ja. Kannst du nicht. Und warum müssen wir das schon wieder machen? Ich kann es irgendwie noch nicht ganz checken. Ja. Im Sommer ist es so. Der Draht, der einmal der Kupfer dreht sich aus, wird länger. Ja. Und dann geht auch das Gewicht runter. Das ist nicht zu fixiert. Das ist nicht zu fest. Aha. Das ist beweglich. Und im Winter zieht das zusammen. Jetzt ist es aber schon tief. Und wenn dann der Sommer kommt und der Draht noch länger wird, geht das Gewicht ab. Aha. Darum musst du es wieder rauf. Dann könnt ihr unten ansetzen und dann wird der Draht nicht mehr so gespannt, wie ihr solltet. Okay, ja. Das hat Länge. Jetzt gehen wir weiter nach hinten ziehen. Ja. Jetzt müssen drei Steine vom Mast auf laufen. Ich glaube, wir müssen durchgehen, dass die Pendler heute leider Gottes am Morgen Verspätung haben. Jetzt sind sie zweimal gekriegt. Ja, es hat Länge. Es ist gut. Es hat Länge? Ja, es ist gut. Dann gehen wir jetzt runter und pressen. Was müssen wir jetzt pressen? Die Verbindung von diesem hier zu diesem Drähtchen hier. Da hast du eine Verbindung. Da geht ein Draht von unten von diesem auf das Tragseil, von diesem auf das hier drüber und von hier wieder runter. Und was soll das mit dem Pressen sein? Die sind jetzt geschraubt. Du hast zwei Arten, wenn du es provisorisch machst. Ja. Du musst nur pressen, dass die Verbindung da ist. Also nur schrauben, dass die Verbindung da ist. Aber dass sie wirklich endgültig ist, musst du pressen. Okay. Du hast einfach einen sauberen Kontakt. Okay. Dann gehen wir hierher. Und wo machen wir denn das? Nach vorne. Jetzt fahren wir richtig flammat. Also das heisst, jetzt fahren wir wieder ein bisschen? Ja. Okay. Das ist aber eine schmierige Sache hier. Grünspan, sagen wir dann. Grünspan? Ja. Also das nimmst du jetzt weg. Dann legen wir die Presse auf. Dann legen wir die Presse auf. Und fertig. Also das Ziel des Pressen ist das, was wir vorher immer kontrolliert haben? Ja. Ah, okay. Und was macht das? Das ist die Verbindung? Kannst du dir das so vorstellen? Hier. Du hast zum Beispiel mehr Strom drauf als hier. Also der Zug ist ja an beidem. Nein. Der fährt jetzt momentan nur auf dem unteren. Und wann kommt denn das? Das kommt erst dann da vorne. Beim nächsten Mast gibt es den Übergang von dem zu dem. Und dass es da vorne nicht fünkelt, tun wir das hier drüber. Ach so. Hier eigentlich schon der Übergang ist von dem zu dem. Jetzt kannst du mit dem unteren auffahren. Mhm. Jetzt hole ich den hier oben runter. Mhm. Und immer den. So. Jetzt legen wir ihn mal an. Zum Pressen kannst du jetzt so am Rädchen drehen. Jetzt ist es gut, jetzt kannst du es lösen. Mhm. Und jetzt ist das gut? Ja. Das gleiche auf der anderen Seite. Ja. Ja. Fertig? Ja. Dann fahren wir jetzt gemütlich zurück. Kontrolliert nur von Auge, oder? Ja, beim zurückfahren so ein wenig. Einfach noch die Isolator anschauen. Ja, dann gehen wir. So, dann haben wir das. Ja. Jetzt müssen wir. Die Züge, eine Erdungstange noch zusammenräumen. Ja. So, dann gehen wir weg. So, dass die Züge dann am Morgen gehen können. Gell? Das Händler. So, dass die anderen nicht zu spät sind. Die Verspätungen. Ich komme jetzt fast zu arbeiten wegen mir. Das wäre ganz schlecht. Ja. Ja. Ja, für das erste Mal. Für das erste Mal. Danke vielmals. Ja. Es war sehr, sehr spannend. Ich muss sagen, ich glaube, die Zuschauer hat es auch sehr gefallen, dass er auf einem Zugdach gekommen ist. Ich wünsche dir alles Gute für deine Lehre. Ja, merci. Sauberberuf hast du hier ausgewählt. Wirklich höchst spannend. Genial. Chapeau. Danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid am nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dann, haben wir eine gute Zeit. Und tschüss. Ich gehe jetzt gleich raus. Tschüss. 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 Tschüss.